Fitness mit Marc. Best of. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Sein Schreibtisch ist motorgetrieben. Marc Maslow! Ja, mein Moin. Moment mal, gar kein Intro diese Woche? Doch, das Intro kommt gleich. Kurz vorweg, wir sind gerade am Anfang der Sommerpause für dieses Jahr. Fitness mit Marc macht wie jedes Jahr einen Monat Sommerpause. Und das bedeutet natürlich nicht, dass du leer ausgehst, sondern es bedeutet sogar was ganz Besonderes. Du bekommst die besten Inhalte aus Fitness mit Marc mit an die Hand. Denn ich bekomme regelmäßig das Feedback von Zuhörern, dass sie bestimmte Folgen mehrmals hören und beim zweiten Mal hören ganz andere Dinge nochmal für sich mitnehmen. Ich kann das Ganze rausfinden. Ich habe mir einfach mal die Statistiken angeguckt. Ich habe mir auch angeguckt, was ich für schriftliches Feedback gekriegt habe. Und ich habe fünf Folgen für dich rausgesucht. Also fünf Best-of-Folgen, die du für dich nutzen kannst, um deine Fitness in den nächsten fünf Wochen nochmal ein Stück weiter zu bringen. Und damit starten wir gleich in die erste Folge. Also viel Spaß mit dieser Best-of-Folge. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitness-Coach von Marathon-Fitness.de. In der heutigen Folge geht es um unsichtbare Skripte. Ja, wir reden über das M der Marc-Formel, das mentale Training. Und du bekommst 15 Gedanken mit an die Hand. 15 Dinge, die selbstbewusste Dranbleiber nicht tun. Und 15 unsichtbare Skripte, die dir dabei helfen, an deinem Ziel dran zu bleiben. Auch in der jetzigen Zeit. Also viel Spaß mit der heutigen Folge und bis gleich. Es gibt Dinge, die wir als Dranbleiber einfach nicht tun sollten. Und es ist völlig okay, wenn du dich dabei ertappst und das Ganze im Hinterkopf hast, damit du in Zukunft immer bessere Entscheidungen triffst. Nummer 11 von den 15 unsichtbaren Skripten, die ich dir heute vorstellen werde. Die hätte ich vor, ich sag mal, wie lange ist das her, 10, 15 Jahren mal schon parat haben sollen. Denn die hätte mich damals hundertprozentig vor einer sechsmonatigen Verletzungspause bewahrt. Man sagt ja so schön, manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Und ich habe mich damals einfach fürs Lernen entschieden. Das war vor 15, 16 Jahren. Und ich habe mich beim Krafttraining überlastet. Ich habe gemerkt, Mensch, hier die Schulter, die fängt an weh zu tun. Und ich war da Mitte 20. Damals wollte ich noch mit dem Kopf durch die Wand und dachte mir, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das stimmt ja auch. Aber der Weg, den ich gehen durfte, war eben ein anderer. Also ich ignorierte den Schmerz und machte weiter, obwohl die Schulter weh tat. Beim Bankdrücken war das bei allen Druckbewegungen. Bizeps Curls, bestimmte Übungen, wo ich einfach Schulterprobleme hatte. Ich blieb also dran in dem Sinne, dass ich einfach weitermachte, den Schmerz ignorierte. Und was dann passierte, das kannst du dir wahrscheinlich denken. Das Ganze wurde erst mal chronisch und bald konnte ich gar nichts mehr machen beim Training. Der Punkt ist, hätte ich sofort reagiert damals, hätte diese Schmerzen ernst genommen, dann wäre die Sache vermutlich nach einigen Wochen komplett Geschichte gewesen und ich hätte ganz normal weiter trainieren können. Und so dauerte das Ganze sechs Monate, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Und ich möchte, dass dir solche Situationen nicht passieren. Deswegen die heutige Folge und meine These. Wenn wir richtig denken, dann verschließen wir unsere Augen nicht vor unangenehmen Wahrheiten, sondern wir haben dafür einen Blick und wir reagieren dann entsprechend. Hier sind also 15 unsichtbare Skripte, 15 Leitlinien, an denen ich mein Handeln ausrichte und die ich auch im Coaching vermittle. Das sind 15 Gedanken, die ich schon vor fünf, sechs Jahren mal aufgeschrieben habe bei mir drüben im Blog und die ich dir heute in dieser Folge mitgeben möchte. Das sind Gedanken, die dir dabei helfen, einige tückische Fallen im Fitnesstraining, ja und wieso häufig lassen die sich auch aufs Leben anwenden, zu umgehen und deine Ziele mit mehr Leichtigkeit zu erreichen und das Ganze im Training und eben auch darüber hinaus. Anders formuliert, du bekommst weniger U und mehr A an die Hand. Und der Punkt ist doch der, wenn wir mit einem selbstbewussten Mindset fest daran glauben, dass wir etwas verändern können, dass wir unser Ziel erreichen können, dann hast du wahrscheinlich den wichtigsten Schritt bereits getan. Und dazu gehört eben auch, einige Dinge künftig zu lassen. Und das sind die folgenden 15 Dinge. Punkt Nummer 1. Wir dranbleiber, wir verstecken uns nicht hinter Ausreden. Wir übernehmen Verantwortung für unser Denken und für das, was wir tun. Wenn wir uns zum Beispiel vornehmen zu trainieren und wir sind irgendwie zu spät dran, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, weil alles, was dann vorher zu tun war, ein bisschen länger gedauert hat, dann geben wir die Schuld nicht den äußeren Umständen, sondern wir übernehmen Verantwortung dafür. Wir waren einfach zu spät, wir haben uns ein bisschen verplant. Wenn dann deswegen die Fortschritte ausbleiben sollten, dann entschuldigen wir das Ganze nicht damit, dass wir sagen, ja Mensch, ich hatte keine Zeit. Ich hatte so viel zu tun oder ich kann das einfach nicht, ich schaffe das einfach nicht oder anderen lächerlichen Ausreden. Wir nehmen uns die Zeit und wir werden so lange besser, bis wir das Ganze hinkriegen. Punkt Nummer 2. Wir gehen unseren Ängsten nicht aus dem Weg. Was heißt das nun? Wir dranbleiber lassen unser Leben und unseren Körper nicht durch unsere Ängste beeinflussen. Wir wissen, dass das, wovor wir vielleicht bisher Angst hatten, oft genau das ist, was wir tun sollten, um einen Schritt weiter zu kommen. Punkt Nummer 3. Wir leben nicht in einer flauschigen Seifenblase. Das heißt, wir meiden die kuschelige, warme Komfortzone und wir wissen, dass die Komfortzone der Ort ist, an dem Träume begraben werden. Das ist ja auch die Idee im Training. Wir probieren einfach mal Neues aus, versuchen unsere Grenzen immer ein bisschen weiter rauszuschieben und das heißt, dass wir auch das Gefühl des Ungewohnten willkommen heißen. Wir freuen uns vielleicht schon ein bisschen drauf, mit so ein bisschen Aufregung, weil uns bewusst ist, dass wir uns nach dem Erfolg, nach dem Ziel auch ein bisschen strecken dürfen. Das gilt fürs Training, das gilt für die Ernährung und das gilt eben auch für andere Dinge im Leben. Punkt Nummer 4. Wir dranbleiber verschieben die Dinge nicht auf die nächste Woche. Wir wissen, dass ein guter Plan, den wir heute umsetzen, besser ist als ein perfekter Plan, den wir irgendwann umsetzen. Wir warten nicht auf den richtigen Moment oder die richtigen Umstände, weil wir wissen, dass wir dann eigentlich nur unsere Angst vor Veränderung nachgegeben hätten. Unsere Angst vor dem Ungewohnten. Also was machen wir? Wir tun was. Wir kommen ins Handeln, kommen hier ins Handeln, heute und jetzt, weil nur so Fortschritte möglich sind. Punkt Nummer 5. Wir geben nicht zu viel auf die Meinung anderer Leute. Selbstbewusste Dranbleiber, die nehmen sich negative Kommentare von anderen Menschen nicht zu Herzen. Die nehmen das nicht persönlich. Wir kümmern uns sehr wohl um unsere Mitmenschen und wir wollen die Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser hinterlassen. Ja, das klingt sehr idealistisch und warum nicht? Und wir lassen uns nicht von negativen Einstellungen anderer Menschen runterziehen oder von Dingen, die wir nicht ändern können. Wir wissen, dass wahre Freunde uns so akzeptieren, wie wir sind und die Meinung der übrigen Menschen, die nehmen wir einfach nicht persönlich. Gedanke Nummer 6. Wir bewerten Menschen nicht. Wir Dranbleiber tolerieren unnötiges, selbst verursachtes Drama einfach nicht. Das heißt, wir reden nicht hinter dem Rücken von anderen schlecht über Freunde, Bekannte oder andere Menschen. Und wir beteiligen uns nicht an Lästereien oder greifen Menschen an, die eine andere Meinung vertreten. Auch nicht im Bereich Fitness oder Ernährung. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch mal diskutieren können. Nur der Punkt gegenseitiger Respekt, gegenseitige Wertschätzung, der ist uns wichtig. Und wir fühlen uns so wohl in unserer Haut, dass wir es nicht nötig haben, auf andere herabzuschauen. Punkt Nummer 7. Wir lassen uns nicht von fehlenden Mitteln aufhalten oder von fehlenden Trainingstools. Wir wissen, dass wir die wichtigsten Ressourcen bereits mitbringen, weil wir sie in uns tragen. Wir nutzen die Sachen, die wir eben zur Verfügung haben, egal wie klein oder wie groß sie sein mögen. Und im Training, nun, das wichtigste Trainingstool, das hast du immer bei dir und das ist dein eigener Körper. Dranbleiber wissen also, dass sie mit ein bisschen Kreativität und dem Dranbleiber-typischen starken Willen das Unmögliche möglich machen können. Und wir haben gelernt, wenn was mal nicht funktioniert, wie geplant, wenn wir ein paar Schritte zurückgehen, dann diese Erfahrung zu nutzen, um daraus dann später Erfolge zu machen. Und dabei legen wir den Fokus eben nicht auf die Probleme, sondern wir fokussieren uns auf mögliche Lösungen und die probieren wir dann aus, bis etwas funktioniert. Punkt Nummer 8. Wir vergleichen uns nicht. Selbstbewusste Dranbleiber wissen, dass sie nicht im Wettbewerb mit anderen stehen. Der einzige Mensch, mit dem du in einen Wettstreit trittst, ist der Mensch, der du gestern noch warst. Und wir wissen, dass jeder von uns so einzigartig ist, dass ein Vergleich auf geradezu absurde und auch oberflächliche Weise zum Scheitern verurteilt wäre. Nummer 9. Anderen zu gefallen ist uns nicht wichtig. Klar, wir wollen nackt gut aussehen. Aber das tun wir nicht, um jedem Menschen, dem wir begegnen, da draußen gefallen zu wollen. Und ganz klar, wir wissen, dass nicht nur äußere Schönheit, sondern eben auch innere Schönheit im Auge des Betrachters liegen. Und unseren Körper, den ändern wir in aller, aller erster Linie nur für uns selbst. Die Beziehungen, die uns wichtig sind mit einem anderen Menschen, die dürfen unter die Oberfläche gehen. Und solche Beziehungen, die pflegen wir. Und das knüpft wunderbar an den letzten Punkt an. Wir Dranbleiber, wir suchen uns Unterstützung, aber wir brauchen niemanden, der uns permanent an die Hand nimmt. Wir wissen, dass das Leben manchmal ungerecht ist und sich die Dinge eben nicht immer nach Plan entwickeln. Und das ist okay, das akzeptieren wir. Wir akzeptieren, dass wir nicht alles in unserem Leben kontrollieren können. Und statt damit zu hadern, nutzen wir die Energie, die wir in uns haben, für positive Dinge, für konstruktive Dinge, fürs Machen, für Dinge, die uns voranbringen. Nummer 11. Wir gehen Unangenehm nicht aus dem Weg. Wir Dranbleiber verschließen unsere Augen nicht vor unangenehmen Wahrheiten. Ja, das ist der Punkt mit meiner Schulterthematik, die ich eingangs erwähnt hatte. Und genau davor verschließen wir eben nicht unsere Augen, wenn sich Dinge mal anders entwickeln, wenn was Unerwartetes passiert. Stattdessen packen wir das Übel an der Wurzel und tun etwas, bevor das Unglück seinen Lauf nehmen kann. Und wir wissen, dass Probleme, die wir dann eben nicht anpacken, dass solche Probleme schnell größer werden können, wenn wir Wochen oder Monate lang gar nichts tun. Deswegen führen wir lieber heute einen unangenehmen Dialog. Vielleicht führst du den mit dir selbst, vielleicht auch mit einem anderen Menschen. Wir machen das sofort, anstelle dann eine unangenehme Wahrheit unter den Teppich zu kehren und die Scherben dann viel später aufzusammeln. Nummer 12. Wir geben nicht auf, nur weil etwas nicht gleich funktioniert. Wir Dranbleiber, wir stehen jedes Mal wieder auf, wenn wir hinfallen. Und wir wissen, dass Fehler ein fester Bestandteil unserer Entwicklung ist. Und wenn etwas nicht so läuft wie geplant, dann suchen wir nach Ursachen und wir suchen dann nach Lösungen, wie ein Meisterdetektiv, wie Sherlock Holmes. Und dann korrigieren wir unseren Kurs und wir versuchen es nochmal. Und das ist der Prozess, der uns besser werden lässt. Punkt Nummer 13. Wir brauchen keine Erlaubnis von anderen, um zu handeln. Wir Dranbleiber warten nicht darauf, dass andere uns von außen erlauben, dass wir was tun dürfen. Wir erinnern uns jeden Tag daran, wo, wenn nicht hier, wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht ich. Punkt Nummer 14. Wir schränken unsere Wahlmöglichkeiten nicht ein. Wir Dranbleiber, wir versteifen uns nicht auf einen Plan A. Klar, wir haben einen Plan und wir nutzen alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Und wenn der Plan nicht funktioniert, dann finden wir andere Lösungen. Das dürfen auch ruhig unkonventionelle Lösungen sein. Anstelle uns dann in solchen Situationen in theoretischen Überlegungen zu verlieren, probieren wir einfach Neues aus. Und zwar so lange, bis wir einen Weg gefunden haben, der für uns funktioniert. Punkt Nummer 15. Unsichtbare Skript Nummer 15. Wir akzeptieren das, was wir lesen, ob im Internet oder meinetwegen auch in Zeitschriften, nicht einfach so als Wahrheit, nur weil der Autor das behauptet. Und das gilt auch nicht für diesen Podcast. Wir sind unabhängig. Wir beurteilen das, was wir lesen oder auch hören, aus unserer individuellen Perspektive. Und wir sehen das Ganze weiterhin kritisch. Wir behalten uns so eine gesunde, kritische Sichtweise bei und nutzen die Informationen, die uns wirklich helfen. Und den Rest, den lassen wir einfach mal außen vor. Und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge. Auch wenn Folgen wie diese ein interessantes Gedankentraining sind, wissen wir Dranbleiber, dass wir selbst und nur wir selbst die Entscheidung treffen. Wir entscheiden, was Dranbleiben für uns bedeutet. Und jetzt ist meine Frage an dich. Welche dieser 15 Gedanken nimmst du für dich mit? Vielleicht ist es die Nummer 11, die ich erwähnt hatte, nicht vor den Wahrheiten die Augen zu verschließen. Vielleicht ist es auch ein anderer. Du kannst diese Folge auch gern immer mal wieder hören, so als Refresher, um für dich nachzuprüfen, ob du an der Stelle, an der du gerade bist, vielleicht einen Gedanken nutzen kannst, um wieder mit mehr Leichtigkeit Fahrt aufzunehmen. Hin zu deinem Ziel, vielleicht hast du gerade pausiert oder überlegst, wie du das Training unterkriegst und kommst dann einfach ins Handeln. Lässt die Perfektion außen vor und legst los. Also, mich interessiert, welche Gedanken du für dich mitnimmst. Geh in die Shownotes, die verlinke ich dir wie immer, in den Informationen zu dieser Folge oder du gehst einfach auf www.marathonfitness.de-podcast und dann zur heutigen Folge 354. Ja, damit sage ich Tschüss. Ich wünsche dir eine starke Woche und nächste Woche hören wir uns wieder. Da geht es um das Adermark-Formel und ich habe hier jemanden zu Gast. Eine Ernährungswissenschaftlerin, die an der Uni Hamburg arbeitet, selbst viele Erfahrungen mitbringt als Sportlerin. Ja, und sie hat mich vor 20 Jahren schon beeinflusst in der Art und Weise, wie ich mich ernähre. Also, kannst dich freuen auf nächste Woche und bis dahin viel Spaß, viel Erfolg beim Training. Bleib dran. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Show Notes und weitere Infos findest du unter www.marathonfitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.